Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Hat Kim Kardashian etwa Marilyn Monroes Kleid beschädigt? Bei der Met Gala vergangenen Monat hatte Kim Kardashian, 41, eine ganz besondere und skandalöse Kleiderwahl. Sie trug das besagte Kleid, in dem die Ikone Marilyn Monroe, Kreuz 36, 1962 auf John F. Kennedy's Kreuz 46, 45. Geburtstag ein Ständchen sang. Nicht nur ein Designer empfand diese Entscheidung als respektlos und falsch. Nun meldet sich auch Künstler und Kreativdirektor Chad Michael Morissette zu Wort. Der Künstler hat Beweisbilder, die zeigen, dass Kim Marilyn Monroes Kleid beschädigt hat. Chad Michael war laut People 2016 an der Auktion von Marilyn's Privatgegenständen beteiligt. Nach der Met Gala im Mai 2021 sei er in Ripley's Believe It or Not. Museum gewesen, in dem das Kleid aktuell ausgestellt ist. Ich kenne das Kleid und der Schaden ist unübersehbar. Ich verließ Ripley's Verweint. Auf seinen Bildern lässt sich erkennen, mehrere Kristalle fehlen oder fallen fast ab und der Stoff entlang der Reißverschlussnaht weist kleine Risse auf. Doch das ist nicht das einzige Kleid der Schauspielikone, das Kim bei der Met Gala tragen dürfte. Um meinen Abend nach der Met zu krönen, hatte ich die Ehre, Marilyn Monroes Norman Norell Kleid anzuziehen, das sie 1962 bei den Golden Globes trug, teilte sie ihren Fans nach der Veranstaltung mit.